Sie existieren, alright, für alle Leute, die der Meinung sind, dass meine Freundin nicht existiert, sie existieren, Chad. Sie ist loki so aufgeregt, dass sie sich ein Bier rein, die Frau hat sich gerade ein gottverdammtes Bier reingezündet, Chad. Alright, es wurde gerade im verfickten Wohnzimmer ein Bier weggezündet. An einem Sonntag, 22.30 Uhr. Bro, das ist helle cringe jetzt, das ist helle cringe. Freunde, das ist meine Freundin. Warum bin ich gegangen, als wäre ich neu. Hey, sie ist blond, wer hätte das gedacht, what the fuck? Zur Hälfte. Ja, hey. Cool, Mann. Okay, wo muss ich jetzt hingucken? Wie musst du hingucken? Du kannst hingucken, wo du willst. Hallo. Aber ich höre nichts. Oh. Oh, das ist ungünstig. Ah, jetzt stell dich mal auf unangenehm vor. Oh nein. Oh nein, bist du aufgeregt? Oh nein. Ja, Freunde, das ist meine Freundin. Sie heißt Maria. Oder Marsha auch. Das Ding ist halt, es ist no spoiler, weil die meisten von euch eh ihr scheiß Instagram schon vorher rausgefunden haben. Immer wenn ich hier im scheiß Offline-Chat war, waren da so ein paar Atzen, die ihr Insta-Ding reingeschrieben haben. Danke, Jungs, ihr seid die Besten. Ähm, wir sind schon seit geraumer Zeit zusammen. Ey, ich muss spontan ein Headset holen gehen. Äh, ich würde dir ganz kurz das Headset geben. Du kannst ja kurz mal erzählen, wie lange wir zusammen sind und so. Das würde die Leute das Take-Bee mit interessieren. Vielleicht kannst du auch kurz erwähnen, wann wir zusammengekommen sind. Und vielleicht kannst du es auch in meinen Kalender eintragen. Wir haben weniger stark. Tut da einen auf den, er weiß ganz genau, wann wir zusammengekommen sind. Glaubt ihr mir. Warte, warte. Zwei, nein. 20.06. Und am 22.09. hast du Geburtstag. Easy.